Das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, mit dem sich jetzt hier ist vermeintlich klar, was passiert. Das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Das hätte sich dann Sekündchen mehr Zeit gewünscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Schiedsrichter drückt aufs Tempo. Die nächste lange Rallye, die richtig Kraft kostet. Was ist hier los? Der Schuss, bester Ballwechsel des Nachmittags. Da muss ich mich zwei Ballwechsel später direkt korrigieren. Weltklasse! Respekt vor dem jungen Russen. Er hält hier richtig gegen. Was für eine Vor... Und er holt sich den zweiten Satz. Gucken wir mal, ob Katzmann das Niveau jetzt halten kann. Das war wirklich hier an den... Das dritte Satz ist aus Sicht von Lev Katzmann. Und er hat sich dann... Und dann ist es vorbei. 13 zu 11. Der dritte Satz für Patrick Franziska. Es war ein richtig, richtig enges Ding und es ist tatsächlich eigentlich fast so. Bis zum nächsten Mal.